Hab's mir anders überlegt. Wir sollten das Imperium immer im Visier haben. Ja, fühlt sich gut an, das Richtige zu tun. Nein, die sind stinkreich, obszönreich. Dagegen sind die Hutten Saubermänner. Ich wette, dieser Senator hat noch mehr Päden zu sein. Wo wart ihr so lange? Während ihr Schattennacht gejagt habt, wohnt ich auch. Sie wurden erwischt, wie sie einen Verräter versteckt haben. Kerstes! Los, Feuer frei! Volker! In Deckung! Denk, Farrick, eine Inquisitorin? Pass auf! Kacke! Kacke! Ich habe ihn. Kall, wir müssen zurück. Kall, komm zurück! Kall, wo willst du hin? Komm zurück, Kall! das ist wohl nicht nach plan gelaufen ich habe so das kleine gefühl das kell gerade wir müssen weiter bisschen mit der wut mit der dunklen macht sie jagen uns kumpel wir müssen ihnen einen schritt voraus bleiben auf markierte wand springen um den wandsprung auszufüllen speichern ist immer gut dann können wir mal ausruhen und in den fähigkeiten nachgucken drei fähigkeitspunkte habe ich doppelklinge einzelne gegner werden jetzt sowieso irgendwann mal bestimmt alles haben von da ist es ja was wir jetzt am anfang egal das klingt gut ich habe keine punkte mehr super stand da nicht ich habe drei fähigkeitspunkte jetzt habe ich verfügbar wir leveln also ein und dieselben punkte und können die dann je nachdem vergeben ganz normal halt wie fast überall ah ne das wollte ich nicht im kampfstil kann ich auch nichts so ja am anfang dachte ich dass wir jeweils die fähigkeiten halt übermacht das lichtschwert und was dann noch war war leveln vielleicht nicht entkommen aber nicht zerstören was ist das hier POBAF perfekt mehr stimms Schaden ne vor allem hier nicht ach so hier meine kleine stimmen diese nervigen Suchdroiden, ich hasse die komm jetzt du bist du ey nervige dinge ey 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 was sollte das der einfach unten angeschlichen kommt und versucht mich zu töten oh nein zack zack komm du hast doch nichts drauf nein hauptsächlich treffe ihn zuerst und trotzdem kann er mich schnell oh ach komm dieses bisschen leben was du da noch hast zack nicht heute am besten gar nicht ich würde wissen was hier drin ist sieht gefährlich aus aber ich wills wissen so allein kann ich sowieso nicht rein daher hier kann ich durch und hier kann ich mit der Macht was machen hier werden die Attribute wohl direkt erhüt wir finden ihn weil im letzten Teil musste man ja drei jeweils sammeln von einem er hat R1 und Kreis um einen Gegner vorüber gehen zu verwöhnen damit er sein Verbünden nicht bekämmt mal gucken ob ob BD die Ruiden hacken kann hell und zacken Sia hätte vermutlich nicht gedacht dass ich es so benutze ja ja wir müssen vorsichtig sein Kumpel ich kann kaum erfassen diesen jenig zu finden das wird mein erster Abschluss und zack hoffentlich bist du bereit und ein sucht wieder zack die sind auch ziemlich nervig ok ok ja aber irgendwie ich habe das Gefühl ah hier muss doch irgendwo was versteckt sein das kann doch nicht sein dass hier gar nichts ist irgendwo eine Kiste hier hier scheint er links ne das gibt's nicht naja dann gehen wir einfach mal weiter bevor ich ihn eine Stunde lang suche ja ich auch und dann rohen wir uns einmal aus haben viele Fähigkeitspunkte einer überleben gucken wir mal hier rein maximal das Leben achso das ist dann haben wir jeweils ganz viele Punkte hier das können wir noch nicht macht erhöht sich nahe Gruppen von Gegnern mehrere auf einmal da ich würde erstmal einfach mal nichts weiter erhöhen dann können wir zusätzlich die zwei will ich auch direkt nehmen hier noch mehr leben noch mehr leben würde ich auch nehmen überleben würde ich einfach alles voll skill das wird nicht schaden können wir nicht lang hier ist nichts das wäre wohl hier runter das könnte gefährlich werden scheiße natürlich passiert uns das sie kriegen mich sie sind im leben zu früh gefreut ich nehme irgendwie sie vorhin halt du mir den rücken frei jawohl wir müssen sie ausschalten wir müssen sie ausschalten dann wir müssen sie die die so das 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 Oh, no. oh nein die neuen Tische Das kann doch nicht gut sein. Beeindruckend, aber du trägst schwere Wunden in dir, Kestis. Ich spüre das. Du empfindest Schuld für die Narren, die du in den Tod geführt hast. Das macht dich so, so berechtigt. 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 Wie weicht du dich gegenseit aus? Aber warum hinterher immer das Doktor? Ich würde ja nicht auf 1 ziehen. Ey, jetzt kann ich doch noch wieder versehen. Ey, ich hasse jetzt immer diese Attacken, die man nicht blocken kann. Ey, müssen wir nicht hier lang. So, wir müssen hier einmal runter. Und hier ist die neunte Schwester. Einmal Ratte, immer Ratte. Das hätte ich fast gespürt. Nichts mit mir. Ja! Ha! So bleibst du, Brackerrasse! Davon hab ich immer geträumt. Ja! Ich werde dich vor... Was? Beeindruckend! Aber du trägst schwere Wunden in dir, Christus! Ich spüre das! Du empfindest Schuld für die Narren, die du in den Tod geführt, rechenbar! Können wir das kurz überspringen? Jetzt kommt ja diese Machtscheiße. Nein, nein, nein. Entspann dich! Das ist für mich! Nein, natürlich! Nein, natürlich! Wo war's? Nein, nein, nein! Ich spüre das. Ich spüre das. Ich spüre das. Ich spüre das. Unglaublich! Oh, lol. Ich hab nichts drin gemacht. Das bringt ja gar nichts. Schluss mit den Spielchen! Zu mir! Oh, mein Gott! Oh! Oh, mein Gott, da sieh ich nicht! Ich hab auch kein Platz dran. Ausgaben! Oh, Herr! Oh, mein Gott! Wo bin ich der? Oh, was? Wir haben uns zu? Oh! Oh, mein Gott! das wird auch so spät angezeigt so jetzt haben wir die zwei lichtschwetter okay kann im kampf zwei lichtschwetterkampfstil einsetzen der zweischwertkampfstil ermöglicht schnelle angriffe und eine verbesserte Machtparade bietet aber weniger Ausdauer bist du sicher dass du damit umgehen kannst? natürlich kann ich damit umgehen was denkst du denn? ja ok ja natürlich zwei lichtschwetter sind für mich der beste Stil finde ich jetzt müssen wir wieder von vorne gegen dich spielen ne? oh nein das ist echt nervig so das kennen wir ja schon brechenbar ach komm jetzt was ist denn nicht? ich kann ja dagegen nix tun aber ich hab kein bock das ist genau sowas passiert aber ich hab kein bock das ist genau sowas passiert das ist ja da ist ja so ja das ist ja Natürlich, 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 natürlich. So, das kann ich auch schon. Denkst du, dass wir dich retten? Ja, denke ich schon. Und genau, wo sie keinen filtert, kann ich natürlich nicht üben dürfen. Ich bin nicht ängstlich. Komm, noch ganz bisschen leben. Komm, mei, natürlich. Ich halte Dreieck, wenn der Zwei-Schwert-Ziel ausgewählt ist und die meisten Angriffe einschließlich kann sich Projektil automatisch separieren. Ah, ein Prüfer. Das ist also der Machtangriff. Du warst ein Jedi-Ritter, bevor du den Orden verraten hast. Dein Name lautete Masana Zeit. Es ist Zeit, dich zu befeilen. Ja. Hier geht's gut. So, Fähigkeitspunkt erhalten und neuer Lichtschwert-Stil. Ich würde sagen, wir tauschen den gegen die Zwei-Schwert. Dann haben wir einmal doppelt und einmal zwei. Oder? Ja. Ja. Na. Okay. Hat wieder mit empfunden. Was ziemlich gefährlich ist wegen der dunklen Seite. Naja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge.